hi ich bin's wieder chris und danke für dein abo alioschka cool dass du dabei bist ja und ich nutze für meine freebies beziehungsweise lead magneten einen mitgliederbereich und zwar weil man somit noch mal mehr affiliate einnahmen machen kann weil wir können ja jetzt hier in unserem mitgliederbereich wo wir dann eben was zeigen können wir eben das was wir im video zeigen oder auch in der pdf können wir eben hier noch mal verlinken mit unseren affiliate links direkt im mitgliederbereich je nachdem was wir da eben selbst nutzen was man da sieht hier in den videos zum beispiel wo wir etwas zeigen und was wir da halt empfehlen können können wir hier eben noch mal im mitgliederbereich verlinken und somit auch noch mal mehr viel provision machen ja ein weiterer vorteil ist ja so ein mitgliederbereich schafft noch mal eine stärkere bindung ja zu unseren ja interessenten und kunden eben zu unserer community quasi und ja das ist einfach noch mal besser weil sie hier den eigenen bereich haben eine eigene seite wo sie sich einloggen können wo sie hier alles haben und das gerät nicht so schnell vergessen hat wie wenn sie einfach nur eine pdf von uns haben die man auch mal schnell vergisst unter den ganzen dokumenten die da einfach nur so rumliegt ja und ich erstelle meinen mitgliederbereich mit funnel cockpit ganz einfach das verlinke ich euch auch in der video beschreibung dann könnt ihr auch erst mal 14 tage testen und hier kann man halt ja auch funnels gehen sein funnel erstellen gibt es auch schon einige tutorials auf meinem kanal und dann hierbei mitgliederbereich können wir eben unseren mitgliederbereich erstellen ich habe da die einfache variante genommen die auf dem funnel cockpit empfohlen ist und dann hierbei kursverwaltung können wir dann eben hier unsere eigenen kurse hinzufügen also halt einfach nur werden zum beispiel unseren kleinen mini kurs oder eben halt unser free wie unseren lead magnet halt und dann können wir das ganze eben hier verwalten können hier noch rektion hinzufügen und können dann jetzt hier eben ja unsere kleinen videos hochladen oder eben auch unsere pdf unser kleines ebook zum beispiel hier eben hochladen das wir eben als freebie als lead magnet herausgegeben haben ja und hier daneben noch passend zu den zu dem freebie und zu dem was wir im ebook oder in den videos erwähnt haben hier halt dann noch die affiliate links zu den ja produkten software oder kurse die wir eben nutzen und die uns da geholfen haben hier daneben noch einfügen in den textbereich ja und das ist es im prinzip auch schon ja falls ihr noch hilfe braucht genau den mitgliederbereich aufzubauen dann schreibt das gerne rein dann kann ich euch da helfen oder kann ich auch irgendwann extra video machen ja und ansonsten ja wie gesagt fahne cockpit verlinke ich euch in der video beschreibung ist ja die software mit der ich das hier alles mache ganz einfach und die für mich bisher am besten ist damit erstelle ich auch meine ganzen webseiten mein funnel und auch meine e-mail also mein e mail fahne und ja ohne fahne cockpit wäre ich jetzt nicht hier also das ist da ich schon so das beste was ich kenne was ich auch schon seit mehreren jahren nutze und absolut glücklich damit bin was mir auch geholfen hat meine leads und sales als affiliate deutlich zu steigern ja dann schreibt gern mal in die kommentare rein ja ob ihr im mitgliederbereich benutzt und ja wie ihr das ganze so macht und ansonsten ja schaut euch gerne jetzt noch unsere website fahne affiliate playlist youtube an verlinke ich euch beim i und in der video beschreibung findet ihr mehr solche videos mit tipps und tricks um eben ja da noch mehr conversions zu erzielen in eurem fahne zum beispiel beim letzten video hatte ich ja auch gezeigt wie wir buttons in den mitgliederbereich bei fahne cockpit einfügen können mit einem trick und dann verlinke ich euch auch noch meine fünf website diamanten beim i und in der video beschreibung ja um eben endlich mit euren fahne also landing page und co um das alles gut zu erstellen da endlich noch mehr provisionen zu erzielen und dann am ende eben auch mehr zeit zu haben und die kriegt ihr hier als 1 von 11 boni zu meinen drei online kurs booster dazu und schaltet dann hier den zugang zu unserer vier trainingslager frei wo ich uns dokumentiert habe was mir geholfen hat von 0 auf 10 bis 226 euro plus provisionen am tag zu kommen gut dann wünsche ich euch viel spaß und viel erfolg und sage bis zum nächsten video ich freue mich euch ciao euer chris